Meine Katz hat sich immer mit ihrem Proloch auf mein Gesicht gesetzt, wenn ich geschlafen habe. Bin davon immer aufgewacht und das wusste sie. Da ist hier so ein Flöpabdruck, wie bei so einem Tentakel-Sauknapp. Manchmal, wenn mir langweilig ist, klebe ich mir die Daumen an die Nippel und lauf wie ein T-Rex so auf. Buddy Joe, viel, vielen Dank für dieses tolle Bild, was ich jetzt gerade vor Augen habe. Ich hatte mal einen im Stream, der hat Butter in seinen Kaffee gemacht. Was kennst du für Leute, Tobias? Die waren im Stream, der war aber auch nie wieder da. Das glaube ich gerne. Seitdem er das probiert hat, hat er nie wieder das von ihnen gehört. Hä? Butter in Kaffee? Aber da ist doch oben der Fettfilm drauf und... Aber die wichtigste Frage hier immer noch, im Stehen oder im Sitzen den Hintern abwischen. Okay, gut, nix. Jetzt wird's... Jetzt wird's intensiv, möchte ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen privat. Ich wische mir den Arsch im Sitzen ab. Warum im Stehen? Im Liegen natürlich. Im Liegen? Bilder, die in meinem Kopf niemals mehr gehen werden, glaube ich. Weil wir ja viel mit Delicot das E-Sendator nicht aufmachen lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.